Tronkos, was? Natürlich ist das irgendwie sowas wie das. Tronkos, Stämme und wie wir sehen Baumstämme. Also Baumstämme für Georgia. Möglich wäre hier wahrscheinlich auch Tandem, aber ich glaube nicht. Okay, ein bisschen wall wird auch überarbeitet. So Montreal, ach wo Montreal fahren wir aus genau. Montreal dann ein kleines Stückchen noch in Kanada bis zur Grenze fahren. Und dann geht es auch schon durch die ganzen amerikanischen US-Bundestaaten. Inzwischen durch werden wir auf jeden Fall schlafen. Da kommen wir diesmal nicht drum herum. Aber das kriegen wir auch hin. Das werde ich jetzt eine ziemlich lange tun, das steht schon mal fest. Ich muss ja schon zugeben, nachts kommt es einem so vor, als ob die Gebäude in der Luft stehen, auch wo sie es gar nicht tun. Zumindest ging es mir so beim ersten Mal so. Wunderbar, wir können uns gleich mehr als es nur dem Mac Titan leisten. Wunderbar, wir können uns gleich wieder auf jeden Fall zurückkommen. 2.11 Kilometer sind echt schon viel, das sind 800 Kilometer mehr als wir sonst immer gefahren sind, das ist das, das ist das, das ist das, ja, ich freu mich schon auf Schneiden, nicht. Ich muss echt mal gucken, wie ich das da mache, oder ob ich es da belasse, ich habe es ja auch schon mal, schon mal eine, 1.12 Kilometer wieder rausgebracht, mal gucken. Auf jeden Fall fahren wir hoffentlich nur Highway und Interstate, also jetzt gerade in Kanada und dann später Interstate in Amerika. Hoffentlich, dann haben wir auch die Möglichkeit, langsam fahrende Fahrzeuge, die vor uns fahren, zu überholen, die jede Menge sein wird. Okay, wir fahren 31.000 Pfund, nicht unbedingt erschreckend viel, aber Amerika ist da. Aber halt doch schon ein bisschen mehr, man merkt es, besonders nachdem wir nur Kartons gefahren sind, diese 3.500 Pfund. Und Miles-Bauer. Okay, danke. Nun, oh mein, Meilen, Entschuldigung, jetzt sind wir bei Meilen. Noch, ja, wir fahren doch erstmal so auf der Interstate 87, in Richtung Süden. Und werden jede Menge Spaß haben auf den 1.300 Meilen. Oder auch nicht, wir könnten ja mal kurz gucken, wo wir in etwa schlafen müssen. Ich tippe mal auf in der Nähe von Philadelphia. Oder nach Baltimore. Gibt hier natürlich auch keinen wirklichen Truckstopp in der Nähe. Da vielleicht. Und das alles andere ist halt ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Ja, ich denke, das ist ein ganz, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich müssen wir das doch bei Washington machen. Ich denke, nein, ich wollte gerade sagen, ich habe 62 Meilen. Power, Speed Limit waren wegen der Kurve, aber das wurde ja gerade bewiesen, dass es nicht so ist. Ja! Bremst doch einfach! Ok, diesmal haben wir auch ein Airborne, nicht so gut mit dem McTitan, ich dachte, mit dem McTitan wäre wir auch ein Airborne, aber gut, in der Malu bist du ja auch schon ausreichend. Roadtrain-like. Ok, es gibt offenbar auch, zumindest bei der KI, aber ich glaube, ich habe gar keinen Mod für die KI drin, von daher müssten wir ja auch die Möglichkeit haben, mit so einem normalen Baumstamm-Tray da rumzufahren. Und nicht nur, nicht mit dem, wo man noch hinten einen, den zum Beispiel, den der andere LKW fuhr, ranhängen kann. Ah, ich fahre geradeaus durch, na gut, die 30, die Speed Limit, das Speed Limit, das Speed, äh, das Speed Limit, schnell hätte man auch an die Strafe beziehen können. Aber gut, muss ich halt besser, muss man nicht so viel meckern, würde ich bestimmt auch vielleicht übersehen. Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber... Ich bin nicht so nicht lang, muss man vielleicht auch nicht dranken. Ich bin nicht so nicht lang, muss man vielleicht auch nicht dranken. So, haben wir eigentlich... Okay, drei Achsen am Trailer hinten und ohne Licht. Hervorragend. Hervorragend. Ich glaube, ich werde das Trailerpack rausnehmen. Soll ich auch möglichst bald gleich machen, bevor ich es wieder vergesse. Mal gucken, ob wir da gleich noch ein anderes Pack, ein neues Pack. Ich denke, es ist eine neue Version, vielleicht auch eine neue Version, die dann besser ist. Aber manche Trailer ohne Lichtfunktion, andere doch mit Funktion. Das ist doch schon ein bisschen weird. Soll man ja dann sehen, wann die Bremsen, die Trucks. Wenn die kein Licht haben. Genau, gar nicht. Auf die Interstate 89 Richtung Süden. Mit 25 Meilen schon. Da kommt man ja schon fast gar nicht mehr auf die Bahn. Da kann man echt immer noch sehen, ob der da vorne bremst oder nicht jetzt. Abziehen davon beruhe ich ihn ja auch. Aber naja. Da fahre ich zu der Sicherheitszeit wegen nicht mehr hinter dem... Nicht wirklich strafentauglichen... ...Draft mit Trailer hinterher. Ja. Soll ich dieệnze drauf an. Hier stehen auf die Karte. Ich gebe euch auf die Trä needs. Hier stehen auf die Karte. Da sind dann einfach dort auf der Karte. Hier stehen auf die Karte. Soll ich auf die Karte zu studieren. Das ist doch so, dass du, wie er zu werden. Das ist ja ich lassen. Ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Die Karte. Der ich die Karte. Masse ich hier hab das Karte ... Da sind. Rули nach, Es ist wie ein nichts los hier. So muss das sein auf Inlandstraßen. Allgemein. Und nachts noch weniger. Und wir fahren runter auf die Enderseite 91 Richtung Süden. Na nun, wir sind nach oben. Schon wieder fast die Aufer verpasst. Brrrr. 40.000 kriegen wir dafür. Knapp. Dann haben wir schon fast so 100.000. Dann haben wir knapp 190.000. Dann kaufen wir den LKW. Dann haben wir 70.000 von 300.000. Dann haben wir 50.000. Und dann haben wir 50.000. Und was jetzt so die Trips betrifft, schnell. Was die Länge betrifft, also die... Die Dings da, die... Die Dings da, die... Ich komm mal nicht drauf. Oder auch nicht. Was die investierte Zeit betrifft, äh... Äh, 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 und so. Und was auch immer ich gerade eben vorher gesagt habe. Also was das betrifft, äh... Eher weniger, obwohl eher doch auch oder so nahe eher weniger, würde ich sagen. Wir haben jetzt heute in den knapp vier Stunden... 70.000 gemacht. Da waren wir gestern doch schon bei knapp 100.000. Böse Kops, böse, böse Danke. Achso, Straße wird breiter, als wir gebremst. Warum ist das nicht auch geblinkt? Warum muss ich nicht mal bremsen? Wenn die Straße breiter gewährt, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn sie enger wird, ist es verständlich, weil man muss sich einfädeln und so weiter. Mittlerweile sind wir auch wieder in Massachusetts. Aber warum man das machen muss, wenn die Straße breiter wird, verstehe ich nicht. Das muss mir mal noch jemand erklären. Gut, kommen wir jetzt nicht mit. Das ist programmiert. Das weiß ich auch. Beziehungsweise, das ist nicht, äh... Die Variable ist nicht im Code eingearbeitet. Vorne fällt wieder einer ohne Rücklichter. Aber die Trader... Die Trader haben ja schon was, ne? So... Zum Teil. Aber... Weil man halt keine Rücklichter hat, halt nur die Seiten nicht, dass die beleuchtet sind, das ist halt schon ein bisschen schade. Und das ist noch nicht so gewesen, zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass es so bei dem... Bei dem Jessica als Mod-Pack ist. Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, weil er hat ja schon jede Menge Erfahrungen damit. Er macht das ja schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, ich glaube es damals bei... Hat Euro Truck Simulator schon die Funktion für Motzkraft oder German Truck Simulator? Ich glaube nicht, oder? Also gerade vielleicht fünf Jahre, jeder mit der Erfahrung hat. Bei Extreme Shocker 2 gab's ja auch schon Mods. Das war ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Connecticut welcomes you! Ja, vielen Dank. Allerdings lassen wir diesmal hart vor Ort links und rechts liegen. Und wir sollten auch nach vorne. Musik 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 Ich bleib mal auf dem Mittelstreifen. Ich wollte eigentlich sagen, denn den wir da vorne uns fährt, den werden wir sowieso super holen, aber wahrscheinlich wird die Fahrbahn nicht wieder enger und die wissen das natürlich. Ich würde aber schneller fahren. Das ist mal ein großes Vergnügen, schneller fahren zu dürfen. Dann bekommen wir die... So können wir schneller fahren. So schaffen wir... Wir müssen nicht rechts runter. Es gibt Gummi! Okay, der Truck ist schneller, wir hätten nicht rechts überholen sollen. Meine Güte. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Ich meine, was norden? Warum fahren wir jetzt noch norden? Oder meinen die gerade die Interstate R87, wir fallen da gerade die Interstate R95 eher nach Süden oder so, gerade nach Westen, aber die geht da eher in Richtung Süden. Na ja, Das ist aber auch echt ziemlich viel Wald, hab ich das Gefühl. Weite Fläche ohne Wald und BR, hauptsächlich Wald. Die Feuerwehr mal ohne Einsatz, kommen wir gleich gleich vom Einsatz zurück. Willkommen in New York, the Empire State, alles klar. Weiß ich Bescheid. Also heute sehen wir ziemlich viel, vor allem auf dieser Tour, von der ganzen Map, bei den weisen Maps. Und wenn ich das so jetzt mal so review passiert, was wir jetzt gesehen haben, wir kommen in New Jersey, also die Schilder, wenn man in einen neuen Start reinkommt, sehr nice gemacht. Aber ansonsten, von der Map, würde ich sagen, von den beiden Maps, freue ich mich auf das, was uns SCS Software bietet, mit den ganzen DLCs, die man kauft, kaufen kann. Aber muss, wenn man es haben möchte, man könnte doch schon eher auf die Maps verzichten. Bevor es rauskommt. Aber wie gesagt, ist auch nur meine Meinung. Das ist auch nur meine Meinung. 7 Stunden schlafen Ich denke mal der Auftrag, die Idee dass wir hier bei der Nähe von Norfolk oder auf der Höhe von Norfolk, dass wir da schlafen ist glaube ich die bessere Variante gewesen Das sollte noch locker schaffen Aber es ist halt schön, dass es auch jetzt schon, wenn man möchte, dass man die Möglichkeit hat, dass man komplett Amerika und da kommt die USA und kommen Teile von Kader, dass man die befahren kann Aber Es ist halt so eintönig, also irgendwie sieht alles gleich aus Gut, ist natürlich klar, Amerika ist groß und auch weit und flach und hügelig und so weiter Aber wenn jetzt hier diese ganzen ganzen wenn vom SCS Software nicht diese diese zufälligen Ereignisse wären dann wird es ja noch langweiliger auf diesen weiten Strecken Hallo Vargos Das ist zum Teil so so hier Montreal jetzt so bei der bei der Kanada Map war schon gut Ähm Aber dann war glaube ich das ein ich glaube das war auch in Kanada wo die dann wirklich Las Vegas kopiert haben an den Namen reingeballert haben und dann vielleicht hier und da nochmal ein bisschen was geändert haben aber naja wenn dann doch schon ein bisschen mehr Qualität als Quantität Also wie gesagt man kann man kann ich kann meckern so viel ich will ich muss natürlich also ja erstmal selber besser machen bevor man hier so 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 die großen Töne spuckt Gut für der Fall jetzt auch wieder äh anders also die skylinern zumindest davon was man sieht Ich würde aber also wenn ich mir wenn ich mich mal hinsetzen würde und eine Map bauen würde dann würde ich aktuell wenn ich sagen würde okay ich fang morgen an dann wäre das ähm Zinniger Sicherheit äh Australien mit Outback und so weiter auch wenn es äh leider ja nicht wirklich die Möglichkeit gibt ähm mit mit stecken bleiben von wegen Matsch und so weiter aber man kann zumindest schon mal das trockene Outback darstellen aber dann würde ich auch wirklich mit Detailarbeit rangehen das wäre dann keine kleine Map ja mir gehts ganz gut und dir die gestern Abend oder ja heute gestern Nacht eine gute Schicht gehabt oder war es ziemlich stressig Deliver Small Danger Oder was stand da dann? Warum geht es hier scheiße? Was passiert? Oh je! Das hört sich nicht gut an. Jetzt sind dir und dein Kreislauf wenigstens wieder besser? Oder immer noch nicht so pralle? Äh, das war schon Deliver? Okay. Na gut, wenn es dir scheiße geht, dann geht es dir wahrscheinlich noch nicht besser mit dem Kreislauf. Hätte ich mir wahrscheinlich auch bedenken. Und die Frage sparen können wir dir weniger. Okay, jetzt bin ich neugierig. Wie hast du es herausgefunden? Und wieso ist das so? Dass du manchmal die Aussätze hast. Oh ja, blockiert auch die Straße. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich kann das mir denken. Hm? Hm. Das ist gut möglich, wie es kann. Aber gerade nicht kann. Ob es mir das jetzt könnte. Okay, das ist ein sehr interessanter Tipp. Schmeckt das? Und was für ein Schinken. Kochschinken, Tivosa-Schinken und was es sonst noch gibt. Gibt es verschiedene Arten. Oder allgemein einfach nur irgendein Schinken. Hm. Geräuchert, okay. Geräuchert. Kommt der Mais als zweites drauf und dann der Schinken über den Mais? Oder einfach wie es gerade griffbreit war. Geräuchert. 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 Und was habe ich denn das letzte Mal gegessen? Das ist wieder eine sehr interessante Mischung. Muss ich auch mal probieren. Wir wissen zu schnell, ich kann es nicht lesen. Ich glaube diesmal kommen wir durch den Regenschauer. Das Mais auf den Twitter kommt habe ich mir schon gedacht und ist unter dem Schinken dann noch Margarine, Butter oder was ist das dann da oder irgendwie sowas in der Art. Okay, bis gleich. Irgendwann dieses Internets. Also Ketchup, geräucherter Schinken, Nutella und Mais. Normaler Ketchup bei Tomatenketchup oder Gewürzketchup. Oder so ein Chili Ketchup. Gewürz, okay Gewürz ist schon mal gut. Auch ein bestimmtes Brot oder was du gerade zu Hause hast. Ich glaube wir fahren doch gerade in Gewitter rein. Gewürzketchup. Holy moly. Laugen. 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 Laugentot. Da fällt mir auf, ich habe, es gibt Laugenbrot, ich habe noch nie Laugenbrot gesehen. Also ich kenne Laugenbrötchen und Laugenbrötchen und so, aber es war so ein Laugenstick, aber Laugendings der Brot. Es war ja ein cooles Gewitter, noch nie gesehen. Muss ich mal drauf achten. Laugenbrot. Also Laugenbrot, was ja doch schon einen relativ neutralen Geschmack hat. Laugenbrot, dann Gewürzketchup, dann geräucherter Schinken, Nutella und Mais. Also ein gewürzgeräuchertes, süßes, wässrig-meisiges, neutrales, neutrales Scheibenbrot. Was? Moment. Das klingt so, als ob es tatsächlich sogar schmecken könnte. Wurde ich mal probieren. Große Bienvenido. Nimmst du einen bestimmten geräucherten Schinken oder von einer bestimmten Marke oder gehst du immer zum Fleischer? Seit einem Monat, warum genau jetzt seit einem Monat, gab es irgendwie ein bestimmtes Ereignis oder hast du einfach da so die Lust drauf gehabt? Na gut, wenn wir jetzt ganz schön bemerksam ist das auch wieder, was wäre das denn wahr? Guck mal, was wir nicht auf der anderen Fahrbahnseite sind. Die werden langsamer, ich ahne Böses. Ich glaube wir haben auch eine Baustelle oder sowas in der Art. Oh, da nicht. Auf alle Fälle schlafen, gleich passt. War jetzt ziemlich gut abgeschätzt, als wäre jetzt hier gleich auf diesem Truckstop, dass wir da tanken müssen. Na gut, wenn es dann schmeckt, dann ist es klar, dass man da dann dabei bleibt. Vor allem, wenn es einem dann auch noch, äh, 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 weiter... Du hast mir den Tipp gegeben und ich bin neugierig geworden. Deswegen reden wir gerade über dein Essen. Ich will dir das Essen ja nicht wegreden oder wegessen. Keine Angst. Tanken ist eine sehr gute Idee, dass wir starten. Warum auch immer die Tanke nur dort ist. Okay, der Soundpack ist ein anderes, aber eh nicht erbärmlich. Wie schmeckt denn erbärmlich? Hm, vielleicht machst du ja keine Experimente und fand das... Oh, ich wollte gerade Meloginia wieder tanken und kam deswegen nicht auf den Geschmack klar. Hä? Hä? Ist denn jetzt noch ein... Hä? Warum auch immer die zwei jetzt da ist. ... Ja... ... ... ... ... 550 Meilen nur noch bis zum Ziel. Hmm. Dann scheint sie wohl nicht so auf Geschmacksexplosion zu stehen. Ich meine, wenn da schon Fleisch drauf ist und Nutella in der Gnastung schmecken. Wie kann denn sowas scheiße schmecken? Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Was doch immer die Rolle da soll. Ach, Ersatzreifen. Ich rolle. Oh, wir sind aber schon in North Carolina. Das heißt wir müssen nur noch durch South Carolina und sind dann auch schon in Georgia. Im Bezug auf die Geschmacksexplosion oder im Bezug auf, 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 aufs Fleisch. Ich bin nicht so auf, 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 auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde mal sagen, es klingt merkwürdig. Aber ob es schmeckt oder nicht schmeckt, das kann man natürlich nur dann sagen, wenn man es probiert hat. Wahrscheinlicherweise. Ausdruck ist es meine Meinung. Ich lücke dich nicht an, wieso soll ich dich anlügen? Ich wüsste keinen Grund, warum ich dich anlügen sollte. Und ich würde mal sagen, es wäre mir nicht anlügen. Das wäre mir nicht anlügen. Aber ich würde mich anlügen. Hä? Was? Hä? Hä? Was? Okay, der Trailer macht einen DVD raus. Oh mein Gott. Sowas verwackt habe ich auch noch nicht gesehen. Also wie gesagt, ich habe es noch nie gegessen. Von da kann ich nicht sagen, ob es mir schmecken oder auch nicht. Ich kann nur sagen, dass ich es, wenn ich es an denke, probieren werde. Ein verfaultes Ei schmeckt echt. Naja. Ich weiß nicht, ob man das wirklich damit vergleichen kann. Uiuiui, Brems. Okay, zum nächsten Thema. Oh, Helikopter. Wieder Verfolgungsdacht verloren. Natürlich. Wieder ein Kamaro. Du warst heute beim Arzt. Hier meine Tipps sind, das was du seit einem Monat isst und dass du beim Arzt warst. Und dass du jetzt weißt, woher die Aussetzer kommen. Hm. Jetzt muss ich natürlich wissen, was für Aussätze du meinst. Weil aufgrund des Essens, auch in Bezug auf die Sachen mit dem Mais. Hm. Roggen. Moment, war es Roggen? Nee, es war Laugen. Laugen. Hm. Also ich würde jetzt, ohne zu wissen, was für Aussätze du meinst, würde ich jetzt einfach irgendwie auf eine Unverträglichkeit tippen. Beziehungsweise ist das jetzt gerade so mein Denkansatz. Wenn du sagst, dass du weißt, woran es liegt, kannst du mit dieser Information, hast du mit dieser Information die Möglichkeit, die Ausländer zu unterdrücken? Oder ist das, ja, wie soll ich sagen, eine Krankheit, die man jetzt eher weniger unterdrücken oder behandeln kann? Äh, äh, nein. Okay. Wäre das tendenziell denn in dem Krankheitsbild so gesehen möglich, aber bei dir nicht, weil die Krankheit bei dir schwer ist? Ist alles in 8 Monaten vorbei? Moment, was vorbei? Die Krankheit? Ah. Offenbar nicht. Dann würde ich jetzt keine Krankheit. Also von dem, was du zuletzt gesagt hast, würde ich jetzt... Also... ... gerade... tendieren... zu... ... veranlasst... Moment... ... also es ist nicht heilbar, richtig? Ja, sprachlos. Es ist also nicht heilbar. Ich bin gerade mehr oder weniger sprachlos, weil ich... über... ... über... ... ist da gerade eine Delle drin? Ah, man, dieses Truck... ... dieses... ... Trailerpick... ... nicht heilbar. So. Und du sagst in 8 Monaten, das ist vorbei? Das ist nicht. Okay. 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 Ob ist die Information jetzt okay, dass ich jetzt wirklich das weiß oder nicht? Äh... Ich weiß es nicht. Ist das bei den anderen Ländern möglich? Bestimmt. Wegen... ... kein Richtlinien oder so... ... Scheiße. Oder... Na gut. Es gibt... Also ich würde... Ich sag halt einfach mal, was... ... ich jetzt gerade... ... oder was mir jetzt gerade so im Kopf rumspukt... ... was... ... nicht schön ist oder was ich niemandem wünsche... ... und was bestimmt auch irgendwie mit Kreislauf bestimmt auch in Verblumen zu setzen ist... ... ähm... ... und bestimmt auch mit den... ... mit den... ... äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... also ich würde jetzt gerade auf... ... auf... ... auf... ... ein... ... ein Nierentumor äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... und ich hoffe ich liege falsch. ... ... äh... 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 Puh, ja, ähm, 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 ja gut, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt herzlich Glückwunsch sagen soll oder, 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 oder vielleicht eher doch, äh, mein Beil oder sowas in der Richtung, also, ähm, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie und so, wie, äh, das, ne, ist mir ja fast noch sprachloser als vorher, also, wie das, wie das, wie das, wie das, wie das, so, äh, ne, vom DIVI, was, was, hä? Ja, hij, weißt du, ja, ich weißt, wie, wie das, hä, ne, vom DIVI, ist mir Das war's. Ja gut, dann, wenn dem so ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ah, der Monat. Wow, Männerhirn. Wow. Okay, dann also, deswegen meine Bedenken, ob das jetzt so wirklich herzlichen Glückwunsch ist oder herzlichen Glückwunsch und meine Beine gleichzeitig. Na, es tut mir natürlich leid, dass du dann das alleine großziehen musst. Und andererseits tut's mir nicht leid, dass du's alleine großziehen musst, weil wenn dem halt wirklich so ist, dann... Hä, seit wann gibt's denn da jetzt Border-Dings da? Okay, gut zu wissen. Warum auch immer die das jetzt von South Carolina-Dings da machen. Na gut, dann ist es ja umso besser. Dann würde er sich ja auch für... Oh, ich nehm alles zurück. Ab hier gefällt's mir. Ich fand ihn doch in Georgia. Äh, äh, äh... Wo war ich? Äh, äh, dann ist es auch, äh, 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 besser so, dass du das dann alleine großziehst oder... Wer weiß, was in den 8 Monaten noch passiert mit, äh, 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 vermutlich dem Richtigen. Wow. Wow. Hat er nicht gemacht. Ja, willkommen in einem Schild, was nicht existiert. Oh, bitte. Oh Gott. Äh, weißes Schild. Okay, denk mal. Achso, äh, ja. Äh, äh, äh. Meinst du jetzt, von wegen, dass deine Mutter oder so oder deine Familie dir hilft oder meinst du jetzt, dass du... Äh, natürlich. Wenn wir Baumstürme fahren, in den Baumstürmen kann, kann ja auch ein rohler Baumstürme dabei sein, wo es dann ist. Äh, von deiner Mutter erfahren, wahrscheinlich mit, äh, mit hier an der Stadt. Wenn da... ...dass der nebenbei noch zwei andere hatte. Ja, klar. Weil das andere macht ja keinen Sinn, wenn du selber im Arzt warst. Dann kann er deiner Mutter dir das dann nicht sagen. Puh. Was? Okay. Ah, okay. Das freut mich für dich. Und für... ...hoffentlich auch für den oder die Kleine. Okay, tierne Bexel. Du bist der Boss. Recht hast du? Ja. Auch schon angefangen zu, äh, 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 zu spielen. Mit Lenkrad. Wahrscheinlich. So wie ich dich kenne. Also vermute, kennen zu können. Kennen zu können. Äh, 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 äh. Ja, Kuba ist la Corona. Das ist doch richtig. Und hat halt so hier, äh, 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 Johnny so an seiner Seite als rechte Hand. Äh, 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 äh Dann Alles klar, dann fahren wir noch mal an Meta vorbei bevor wir, ja seinen Spinner definitiv befordert bevor wir in Melken sind Das geht ganz, ganz, das geht leicht Was haben wir denn da für ein Fahrzeug vor uns? Sieht doch aus wie der Slam-Van Das geht nicht gut für ein Fahrzeug, weil es nur ein Fahrzeug zu tun hat Ich würde mich die Fahrzeug auswachen, wenn ich mich auch erinnert Leider sind zu machen, wenn ich an die Fahrzeug auswachen, wenn ich ein Fahrzeug auswachen Was ist es so sehr. Ja, das ist sogar in Gelb, Zufälle gibt es, und nicht so orange schien mit der Farbe, die er gestern reingequatscht hat. Ich merke schon, dass ich knapp fünf Stunden dabei bin, voll verkrampft der Nacken. Ich muss mehr Spiele spielen, wo man den Nacken nicht so steif hat. Wo man den Kopf kommt mitbewegt, damit er nicht, damit er schön barbellig bleibt. Schön beweglich. Ja, weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, er war gerade undercover unterwegs. Und mit T-Shirt kennt ihn ja jeder. Wo fahren wir überhaupt hin, Wallbird? Warum brauchen... Das macht gar kein... Ach... Ich frag gar nicht, warum Wallbird Baumstämme braucht. Auch... Einen gescheiten Stuhl... Ja... Der Stuhl, der ist seit... Den habe ich... Oh Gott, wie lange habe ich einen Stuhl? Ich müsste lügen. Seit über 10 Jahren? Seit 10 Jahren? Seit Oralzone um den Dreh? Ja, das ist ähm... Das kann man sogar tatsächlich bestimmt machen. Also sind halt in ähm... Ah... Jetzt haben sie hier auch so die Hälfte von vieliges Copy & Pasted reingepackt. Zumindest würde ich es jetzt mal so behaupten von der... So wie es hier aufgemacht ist. Ich glaub ich mach... Ich glaub... So den kreativen Part, den ich ja noch auf... Aufm... Kanal bringen will. Den fang ich glaube ich nicht an mit äh... Keine Ahnung... Train Simulator, Transport Führer oder so'n Scheiß. Den fang ich glaube ich bestimmt an mit einem American Fox Simulator. Oh man... Aber es gibt mal hier Multiplayer und da kann man ähm... Das... Ah... Eher weniger hinbekommen. Ja... Wolven... Kann man... Nicht hinbekommen, ne. Kann man nicht hinbekommen. Schade. Kann man nur so tun. Also kann man schon tun, wenn man mit Meeren das macht. Muss man halt nur so zusammen tun. Okay. Natürlich müssen wir zwischen zwei Brüfern einpacken. Und dann... just... Autsch... Okay, dann viel Erfolg dabei und dann sieht man sich wahrscheinlich dann gleich bei Kuba, aber später bei Kuba. Das war doch leichter am Anfang als gedacht. Ach, hervorragend. Level 10. Das gab 3000 EP. 1000 mehr als gedacht. Der Wahnsinn.